Was kann Kunst? Kann Kunst noch provozieren? Zu Beginn erleben wir eine Vernissage-Situation, wo Anne Fratzer, eine renommierte Künstlerin, die durchaus auch umstritten ist, eine Skulptur enthüllt, die sie bestimmten Tätern des Nationalsozialismus widmet. Den Tätern, nicht den Opfern, hat sie gesagt. Wie frei ist die Kunst? Wo verlaufen die Grenzen der Kunst? Wie weit darf Kunst gehen? Aber das Stück will keine Antworten geben, sondern will diese Fragen heraus fordern. Wie weit willst du gehen mit der Freiheit? Das Schöne ist ja, dass es diesen ganz großen poetischen Anteil gibt. Und diesen verspielten und anarchischen Anteil. Ich bin das Risiko! Du bist die Rente! Mein Fischbuff der Züchteten! Hohen Narzister! Hassrede. Hassrede gemeldet. Hohen Narzister! Vielen Dank.